Herzlich willkommen zum neuen Teil über die Pflegetipps Palsive Care, wo wir ein Kapitel nach dem anderen vorstellen. Heute geht es um Lymphdrainage und Streicheleinheiten und ein bisschen mehr. Ein etwas schlüpfriges Thema, muss ich bekennen, aber ich glaube, wir bleiben beim medizinischen Teil. Lieber Thomas, nach Krebsoperationen kommt es oftmals oder während der Krebsoperationen kommt es oftmals dazu, dass Lymphgefäße durchtrennt werden. Die Folge für den Patienten im Nachhinein, dass es in der näheren Umgebung zu Lymphstaus, zu Ödemen kommt. Genauso kann ein Tumor, der heranwächst, kann ein Lymphgefäß einengen und das Ergebnis ist das gleiche. Was macht man dann sinnvollerweise? Lymphdrainage. Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, wenn man keine Ahnung hat, worum geht es hier eigentlich und wie funktioniert der Körper bei dem Lymphabfluss. Der Körper ist so eine Art Schwamm, wo viele Möglichkeiten sind, dass das Wasser rausfließt und das fließt dann zusammen in immer breitere Bahnen, die sogenannten Lymphbahnen, bis es hier oben in der oberen Hohlvene dann in die Venen geht, ins Blut geht die Lymphflüssigkeit. Und wie du gesagt hast, durch Entzündungen, durch Krebs, durch Operationen, durch Verletzungen kann es dazu kommen, dass Lymphbahnen durchtrennt werden. Und da gibt es einen Stau. So ein Lymphstau ist richtig fies, richtig unangenehm. Einerseits, weil es Spannung verursacht und dann heilt auch alles schlechter. Das kommt noch dazu. Und das nässt. Also wenn du, ja, zum Beispiel nach einer Operation, vielleicht hat man Krebs gehabt, da waren Lymphmetastasen schon gewesen, die haben schon einen Stau gemacht, dann sind die entfernt worden, dann wird der Stau erstmal noch viel stärker und ist eine Wunde da, die halt nicht vernünftig. Da kannst du wirklich rauströpfeln wie aus einem kleinen Wasserhahn. Einerseits verliert man wichtige Körpersubstanzen, einerseits ständig alles nass und halt nicht vernünftig. Und dann ist Lymphde, also Kompression, zusammendrücken, wickeln, bandagen ist das eine. Und das andere ist, was eigentlich das Beste und das Angenehmste ist, deswegen auch Streicheleinheiten wurden genannt im Thema, dann ist Lymphde das Beste, was er machen kann. Das heißt, die Lümpfe wird dann in Richtung Fortalter transportiert. Was macht der Physiotherapeut im Einzelnen? Vielleicht hast du, also heutzutage natürlich nicht mehr so, aber ganz früher mal eine Kuh gemolken oder eine Ziege oder irgendwas. Und das ist das gleiche Prinzip eigentlich. Dann Lümpfe für die Kuh. Ja, wenn ich einen Finger geschwollen habe, dann wird der Finger, wenn der Ring nicht mehr vom Finger abgeht, weil der Finger geschwollen ist, dann wird der Finger dünner, wenn ich ausstreiche oder von außen nach innen so richtig drücke, Ring, Finger für Finger, dann die Flüssigkeit rausdrücke. Und das kann man wirklich zuschauen, wie schnell das dann auch dünner wird hier. Das ist interessant, weil ja für viele, die behandeln das Lymphsystem einfach sträflich, vernachlässigend und ist auch nicht so viel bekannt, wie wenn man über das Blutgefäßsystem spricht. Also Blut kennt jeder und was ist eine Flüssigkeit. Irgendwie was, wo Gifte transportiert werden oder so oder hat mit Abwehr vielleicht zu tun. So richtig weiß eigentlich keiner, was da los ist. Ich könnte es auch nicht genau erklären im Augenblick jetzt. Also Laien verständlich gut erklären. Aber es ist eben eminent wichtig, dass diese Flüssigkeit auch wegkommt aus der Körperperipherie, aus den Organen und wieder ins Blut kommen. Um Heilungsprozesse zu begünstigen. Der Lymphtherapeut hat, wie soll ich anfangen vielleicht? Oder andersrum. Lymphdelnage wird eigentlich ziemlich wenig gemacht, wird ziemlich wenig aufgeschrieben. Einerseits, weil es im Krankenhausbetrieb passt es oft zeitlich nicht rein. Es gibt nicht genügend Therapeuten. Im ambulanten Bereich gibt es immer die Budgets, die Heilmittelbudgets, dass die Ärzte sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich dann auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Aber das ist ganz wichtig, dass wenn jemand Lymphedeme hat, schnell und oft genug und lang genug behandelt wird. Und wenn zum Beispiel ein Patient nach einer Operation zu Hause liegt, mit einem dicken Bein nach einer Operation oder auch Lymphstau am Leib, kann ja auch sein, geht viel höher der Lymphstau. Da wird die ganze Haut, wird alles ganz fest und dick dann da durch und spannt wie so ein Panzer. Dann muss einfach nicht nur eine halbe Stunde Lymphdelnage gemacht werden, sondern eine dreiviertel Stunde, Stunde. Da meint man jetzt, das ist vielleicht auch so anstrengend und so. Ganz im Gegenteil. Ich habe es also wirklich bei einem Patienten aus seinem Verwandtenkreis gesehen, der infolge eines Prostatatumors dann Lymphprobleme hatte im Oberschenkel. Und die Haut war so gespannt und jedes Mal, wenn der Therapeut dann für eine Dreiviertelstunde da war, war das Bein ganz deutlich abgeschwollen. Und das war also wirklich sehr hilfreich für ihn. Ich schließe aber daraus, dass für solche Patienten Lymphdrainage eine Dauereinrichtung sein wird lebenslang. Eher ja. Das ist in der Anfangsphase natürlich noch wichtiger, solange Entzündungsprozesse noch da sind. Einerseits die Entzündung mehr Lymphe produziert und durch die Entzündung auch schlechter abfließt wieder die Lymphe. Das wird im Verlauf der Zeit hoffentlich besser werden. Aber prinzipiell ist es eine wirklich langfristige Therapie. Ja. Und du hattest schon gesagt, dass durch Kompression, das heißt also durch Druck auf das Gewebe, solche Ödeme zunächst verhindert werden. Verhindert. Und auch, wenn man jetzt nicht gleich trainiert, auch behandelt werden. Du kannst durch Auswickeln sowas ähnlich wie eine Trainage machen. Natürlich viel besser, man macht vor eine Lymphdrainage, dann ist schon mal gut entstaut und wickelt dann noch aus. Und das Auswickeln am Arm kann bedeuten, ich wickele jeden einzelnen Finger aus. Mit der kleinen Mullbinde natürlich, die einzelnen Finger erstmal, dann kommt die ganze Hand dran, da kommt der Daumen dran, da geht der Arm auch noch dazu und wird eingewickelt. Und wenn es dann einen Stützstrumpf gibt, dann ist der Stützstrumpf für den Arm zum Beispiel ein Stützhandschuh mit einem Ärmling dran. Das gibt es in der Tat. Und dann hat man nur die Fingerspitzen rausgucken, kann auch viele Sachen machen, aber hat eben einen Handschuh hier. Ja, aber Klavier spielen, also für einfache Dinge vielleicht, aber es wird dann schwierig. Die Geschicklichkeit ist auf jeden Fall eingeschränkt. Ja, auf jeden Fall eingeschränkt, wird aber durch das Ödem noch viel mehr eingeschränkt. Ja, natürlich, genau. Aber wenn durch Lymphdrainage eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht wird, ist das ja auch schon mal sehr positiv anzumerken. Gibt es sonst noch etwas zu bedenken im Zusammenhang mit Ödemen und Lymphdrainage? Generell? Ja. Tipp, hochlagern. Richtig. Also wirklich, in der Sportmedizin, wenn man sich was verstaucht, dann ist das Motto Pech. Nicht auftragen, sondern Pause, Eis, C für Kompression und hochlagern. Also bei einer Gelenkverletzung Pause machen, nicht aktiv sein, sondern erstmal ausruhen, kühlen. Das kann man da auch, wenn in der akuten Phase, in der chronischen dann eher nicht so, Kompression und hochlagern. Und das Hochlagern wird deutlich vernachlässigt. Ja. Also gerade heutzutage, wenn man sitzt, hat man das Becken auch noch rechtwinklig im Verhältnis zum Oberschenkel. Der Oberschenkel rechtwinklig im Verhältnis zum Unterschenkel, alles fließt schlechter ab. Bewegen ist dann viel besser. Ja. Bringt Kühlung etwas in dem Zusammenhang mit Ödemen? Naja, bei einer frischen Verletzung auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut gegen das Ödem. Beim langfristigen wird es eher meistens als unangenehmer empfunden. Das muss man halt mal probieren. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und verbleiben bis zum nächsten Mal. Alles Gute Ihnen. Tschüss. 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 Tschüss.